Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute das erste Video, welches ihr aus dem neuen Studio seht. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig, ich habe noch kein Hintergrundsystem, aber ich habe einfach so viel Platz und ich bin so, 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 so glücklich hier unten. Ich werde euch demnächst, wenn ihr wollt, natürlich auch eine kleine Roomtour, eine kleine Studiotour machen, sobald hier wirklich alles fertig ist. Es wird noch ein paar Wochen dauern, aber ich dachte mir, wir drehen einfach schon mal das erste Video, damit ihr auch mit frischem Content versorgt seid. Ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video so ein klitzekleines bisschen aufheitern kann. Und ich habe heute eine neue Drogerieroutine für euch mit Produkten, die wirklich recht günstig sind, mit denen man schöne Ergebnisse erzielen kann und die möchte ich euch heute zeigen. Ihr seht es, ich habe noch nichts in meinem Gesicht und ich starte tatsächlich auch als erstes mit Pflege und benutze hier meine Beauty Maze Hyaluron Creme Boost. Die versorgt die Haut einfach super, super schnell mit Feuchtigkeit. Und ich finde, die ist für diese, ich will nicht sagen, dass ich einen No-Make-Up-Make-Up-Look mache, ihr kennt mich da mittlerweile, ne? Aber es ist ja gerade so ein Trend, dieses Clean-Girl-Make-Up heißt das. Ganz dezent, ganz zart und in die Richtung wollte ich heute auch gehen und dafür braucht man natürlich auch eine Haut, die schön mit Feuchtigkeit versorgt ist und die Unreinheitenarm ist. Und dafür habe ich in den letzten Wochen wieder vermehrt den Pickelbooster benommen. Ich hatte durch diesen ganzen Umzugstress, vor allen Dingen hier am Hals und hier, hier seht ihr noch so einzelne Pickelmale, totale Unreinheiten. Und ich habe einfach immer ein bis drei Tropfen entweder in die Creme oder ob punktuell, wenn es wirklich ein ganz unangenehmer Pickel war, direkt auf den Pickel getupft, abends schön einziehen lassen. Am nächsten Tag ist der Pickel wesentlich kleiner. Und das funktioniert fantastisch, fantastisch gut. Ich weiß nicht, was sie da für eine Magie reingemacht haben, aber wenn man das so punktuell ein bisschen aufträgt, dann ist natürlich noch eine viel, viel höhere Konzentration an Wirkstoff auf der Haut. Falls ihr nicht wusstet, was Beauty Maze ist und was Beauty Maze macht, das ist eine Firma, ganz klein, hier aus Deutschland, in München. Ich war lustigerweise vor ein paar Tagen da. Am Wochenende, da waren die natürlich nicht da. Und die haben wirklich ein ganz, ganz süßes, kleines Büro und ganz wenige Mitarbeiter. Alles ist natürlich in Deutschland gemacht und hoch wirksam. Und ich habe selbstverständlich einen Rabattcode von Beauty Maze bekommen. Ihr wisst es, ich benutze die Produkte seit Jahren mittlerweile schon. Und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden mit meiner Haut in letzter Zeit. Abgesehen von den kleinen Unreinheiten in den letzten Wochen, sobald man eine regelmäßige Skincare-Routine drin hat, funktioniert das Ganze gut. Falls euch Beauty Maze interessiert, ihr aber noch nicht so wisst, welches Produkt das richtige für euch sein könnte, verlinke ich euch unten in der Infobox selbstverständlich auch einmal den Set-Konfigurator. Dort könnt ihr auswählen, wie ist euer Hautzustand, was sind die Problemzonen. Und die künstliche Intelligenz gibt euch dann wirklich die passenden Produkte. Und mit dem Rabattcode könnt ihr ein bisschen was sparen. Schaut gerne mal bei Beauty Maze vorbei, ihr werdet die Produkte lieben. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, wegen der Base. Ich habe zwei Produkte. Ich hatte euch neulich hier von Asam die getönte Hyaluron-Creme gezeigt. Die mag ich eigentlich total, total gerne. Ich glaube, wir benutzen auch die. Das ist so etwas Wunder-Wunder-Schönes. Die ist ganz leicht, die ist schon fast wie so eine Mousse auf der Haut. Einfach ein Foundation-Brush und arbeite mir das Ganze ein. Die hat jetzt nicht die höchste Deckkraft, aber wir wollen ja auch heute diesen Clean Skin, Clear Skin Look machen. Und ihr seht sofort, ich kriege so eine leichte Färbung. Ich bin im Moment sehr, sehr hell, weil ich einfach das Haus gar nicht mehr verlassen habe. Die lässt sich halt super gut mit dem Pinsel auch mit den Händen auftragen. Und schaut mal, ich sehe gleich viel wacher aus und viel frischer. Das Schöne bei der Aquarintenz-Reihe ist, auch, dass sie diese getönte Farbe hat. Ihr kriegt einfach im Handumdrehen Make-Up. Wenn ihr beispielsweise das Magic Finish schon liebt, dann habe ich hier wirklich etwas, was so ein bisschen flüssiger ist und wesentlich mehr Feuchtigkeit spendet. Bei Magic Finish ist es so, dass es ja vom Finish her eher ein bisschen matter, ein bisschen trockener. Hier ist einfach so wahnsinnig schön. Schaut euch mal an, wie schnell das geht. Und nach ein paar Minuten ist die Feuchtigkeit der BB-Cream in die Haut eingezogen und hinterlässt dann wirklich dieses ganz, ganz zarte Finish. Und ich will weitermachen mit dem Concealer, den ich sehr, sehr lange nicht mehr benutzt habe. Und der geht gerade in Amerika total viral. Das ist total lustig, weil wenn wir nach Deutschland Produkte aus Amerika kriegen, dann ist da immer so eine leichte Zeitverzögerung. Oh, der ist ein bisschen dunkel. Ich bin jetzt nochmal eine Etage heller genommen. Und wenn Produkte aus Deutschland nach Amerika kommen, Catrice gibt es ja auch in Amerika, dann ist das auch so ein bisschen zeitverzögert. Und der hat halt einfach wirklich eine super, super schöne Deckkraft. Auch den Concealer kann man sehr, 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 sehr gut als Foundation benutzen. Wenn ihr den so ein bisschen mit eurer Beauty-Mates-Creme zusammen mischt. Das ist etwas, das hätten wir wahrscheinlich alle nicht gedacht, dass das jemals passiert, dass ich euch das sage, dass ich es liebe, Produkte zu benutzen, die leichter sind. Und die leichter zu machen. Mit einer Creme, mit einem Primer. Oh nein, ich habe was vergessen. Egal, gar nicht so schlimm. Wir probieren, ob das funktioniert. Und zwar habe ich hier von L'Oreal das Glow Cherie. Natürliches Glow Fluid, Natural Glow Enhancer. Gebe ich mir so ein bisschen auf die Hand, den Handrücken und arbeite mir das in den Schwamm ein. Und damit gehe ich dann jetzt einfach komplett über mein Gesicht. Komplett, wirklich komplett. Und packe den Primer, das ist ja wie so ein Primer, einfach oben rüber. Und das ist dann nochmal so ein bisschen Feuchtigkeit on top. Und gibt dann der Haut diese Bewegung zurück. Dadurch, dass wir ein sehr, sehr leichtes Make-up, beziehungsweise nur so eine BB-Cream haben, sieht man ja auch ein bisschen Hauttextur und Hautstruktur durch. Und dann mit so einem leichten Glow. Oh, das ist, das gefällt mir gut. Probiert das mal aus. So ein bisschen Primer, so ein Glow-Primer über eure Foundation zu geben. Übrigens hat Elf jetzt was Neues rausgebracht. Und zwar, ich glaube, das ist ein 1 zu 1 Dupe zu dem Charlie Tilbury Hollywood Flawless Filter. Ich habe es bestellt in drei Farben. Hellste, dunkelste und meine. Um euch so einen kleinen Vergleich zu machen. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Nice! Weiter geht's mit einem Blush. Und den liebe ich seit einigen Wochen wieder sehr. Das ist der Max Factor Miracle Touch Creamy Blush. Der ist ganz, 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 ganz klein. Den könnt ihr auf den Lippen auftragen. Weil der wirklich wie so ein Labello ist. Nur so einen leichten Touch an Farbe. Ich mag den aber natürlich ganz gerne wirklich als Blush. Ich nehme einfach einen Pinsel, gehe hier rein, arbeite mir auch den erstmal in der Hand ein. Das mache ich bei Cremetexturen eigentlich immer. Dass ich erst mit meiner Hand arbeite. Weil da die Wärme natürlich ist. Und ich dann ein ebenmäßigeres Ergebnis erziele. Super, super schön. Der ist gar nicht so teuer. Der ist ein gutes Dupe, finde ich, zu den Fenty Cream Blushers. Die gibt es natürlich in vielen verschiedenen Farben. Auch in Lila und Orange. Aber von der Textur her. Wow. Und das setze ich mir auch hier wirklich unter meine Augen. Und wie so eine Sonnenbrille. Das gibt der Haut. Ich sage euch das ganz oft, aber ich erkläre es meistens immer nicht. Wenn ihr eine Full Coverage Foundation benutzt, dann nehmt ihr alle Bewegung und alle Natürlichkeit natürlich aus eurem Gesicht. Das ist ja auch der Sinn von einer Full Coverage Foundation. Aber wenn ihr so ein mittleres Ding benutzt, was nicht ganz so deckend ist und so ein bisschen die Natürlichkeit der Haut durchscheinen lassen soll, kann ich euch Creme Produkte empfehlen und die dann wirklich an die Stellen zu setzen, auch wieder, die üblicherweise schnell rötlich werden. Das sind natürlich einmal die Bangen. Das ist hier auf der Stirn und so ein bisschen um die Nase. Also wirklich wie in so einer Sonnenbrillentechnik um eure Augen herum. Und dadurch sieht die Haut einfach ganz besonders frisch und ebenmäßig aus. Ich fixiere das Ganze mit dem Go Flawless Puder von Max & More. Das ist eine Action Marke und ich liebe dieses Puder. Erstmal riecht es phänomenal und zweitens ist das sehr, sehr deckend. Also es gibt so eine kleine Deckkraft noch on top. Ich nehme das Microfever Multitool Mini, kommt bald, und arbeite mir das hier in meine Hand. Und dann fixiere ich nur unter meinen Augen den Concealer. Und ihr seht sofort, der Schein wird weggenommen. Aber es hält auch zeitgleich so ein bisschen auf. Und dann könnt ihr richtig schön baken. Müsst ihr nicht machen, aber dadurch, dass der Concealer, den ich benutzt habe, jetzt so ein bisschen dunkler war als das, was ich üblicherweise benutze, gebe ich das Puder einfach etwas dicker auf und helle mir damit so ein bisschen mein Gesicht auf. Einmal das Puder weg. Und jetzt seht ihr auch sofort, dass das Ganze wirklich schön aufgehellt in dem Bereich ist, den ich auch aufgehellt ist, in dem Bereich, den ich auch aufhellen möchte, ohne dass ich zu viel draufgebe. Ich finde dieses Natürliche im Moment eigentlich wirklich super schön. Ich weiß nicht, was sich bei mir geändert hat, aber es gefällt mir. Weiß ich nicht, ob ihr das schon kanntet. Das ist so ein bisschen vor ein paar Wochen total viral gegangen auf TikTok. Da hat jemand einfach ein Fixing Spray in einen Bronzer gesteckt. Und ich habe hier einen von Art Deco. Er hat zwei verschiedene Seiten. Einmal einen Highlighter und einmal einen Bronzerton. Ich weiß nicht, ob es mit dem funktioniert. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich habe aber gesehen bei Frau Beauty, dass sie einen Bronzer benutzt hat. Den neuen, den ich euch gezeigt habe von L'Oreal, den Infallible Bronzer, der extra dafür gemacht ist. Ich nehme einen Fixing Spray, sprühe hier rein und nehme mir einen Pinsel und dann mische ich mir das Ganze hier zusammen. Ich würde keinen Fixing Spray benutzen, was das Ganze wirklich matt macht, weil damit versiegelt ihr das Puder. Aber hier seht ihr, es zieht recht schnell weg. Und dann kann ich das einfach hier so ein bisschen auftupfen. Soll ich mal den von L'Oreal besorgen? Dann probieren wir es mit dem nochmal, weil der natürlich wirklich dafür gemacht ist. Ich würde es euch empfehlen, probiere jetzt erstmal mit einem Bronzer, den ihr nicht so schön findet. Manchmal hat man damit wirklich einfach nochmal eine Chance, ein anderes Produkt mit rauszuholen. Und dann drehe ich den Pinsel. Ich habe, das ist der hier von It Cosmetics, und gehe auch in das Produkt rein und benutze den so ein bisschen als Lidschatten. Einfach nur in die Lidfalte. Und hier unter der Lippe. Dadurch erzeugt ihr hier einen Schatten. Die Lippe sieht ein bisschen größer aus. Und ich muss sagen, ich mag es total gerne gerade. Das ist was ganz anderes. Es ist sehr, sehr frisch, sehr, sehr zart. Ich hole euch gleich ein Stückchen näher ran. Aber, oh, Summer Skin ready. Ich gehe jetzt einfach hier so ein bisschen durch die Augenbrauen durch, und ich würste mir das einmal und dann, oh, ich liebe das Produkt. Und das ist wirklich eines der wenigen, die halten. Und das ist von NYX die Lift & Snatch Brown Tint Pens. Die habe ich jetzt, oder den habe ich jetzt bestimmt schon seit einem Dreivierteljahr mindestens. Und das ist der einzige, der nicht austrocknet, mit dem ihr wirklich so kleine Härchen in eure Augenbraue reinzeichnen könnt. Seht ihr das? Ganz leicht. Und der trocknet einfach nicht aus. Und ich habe wirklich viele schon benutzt. Von Anastasia, von MAC. Und die halten alle nicht. Sobald da Foundation rankommt bei den anderen, bei den teureren, verkrustet diese Spitze und dann ist es hinüber. Und der hier ist wahnsinnig gut. Dann gehe ich einfach noch mit dem restlichen Blush hier überall rüber. Und habe eine super schöne, frische Base. Das Ganze fixiere ich. Ich weiß nicht, ob ihr das noch bekommt, aber das ist hier von Catrice. Das ist Kaviar-Gourst-Spray. Ich habe es tatsächlich fast leer gekriegt, ne? Das sorgt einfach dafür, dass diese ganzen Wärme nicht viel Puder benutzt, ne? Aber alle, das wird nochmal so richtig schön feucht und frisch. Kann richtig schön einziehen. Dann nehme ich wieder meinen Schwamm und gehe einfach rüber. Und presse alles nochmal in meine Haut ein. Und habe diesen super clean Make-up-Look. Für meine Augen benutze ich hier von Essence noch den Inner Eye Pen. Der ist sehr, sehr cremig. Und damit setze ich mir einfach direkt hier. Nur ein ganz, 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 ganz kleines Hellert. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Nur so ein bisschen. Und unter die Braue. Das liftet und definiert. Und hier. Dann habt ihr so ein richtig schön geformtes Lippenherz. Wir haben noch eine Mascara. Und das ist die Luxurious Lashes Maxi Volume Mascara von Kiko. Die hat ein ganz spannendes Bürstchen. Das ist riesengroß. Und gehe dann einfach durch meine Wimpern durch. Und tappe nur so einen ganz, ganz leichten Touch an schwarz. Ich finde, schwarze Wimpern sind doch immer nochmal ein bisschen intensiver als braune Wimpern. Aber sie sorgen einfach dafür, dass es ein stärkerer Kontrast zur Haut ist. Auf meine Lippen gebe ich einen ganz, ganz zarten Gloss. Und habe ein Clean Girl. Clean Aesthetics. Ganz, ganz zartes Make-up für den Alltag. Was wirklich auch den ganzen Tag hält. Ohne, dass man sich so angemalt fühlt. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch im Moment so ist. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Und ich bin gespannt, wie euch dieser Look gefällt. Schaut unbedingt bei Beauty Mails vorbei. Dort findet ihr wirklich ganz, ganz tolle Hautpflege. Hochwirksame Wirkstoffkosmetik. Link ist unten in der Infobox. Alle Produkte, die ich benutzt habe, sind für euch unten in der Infobox verlinkt. Sofern ich sie online finde. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.